Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir sieben Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu Apple, aktuelle Marktkapitalisierung 2,5 Billionen US-Dollar, ein aktuelles KGV von 27, ein erwartetes KGV von 24 bei einer Dividendenrendite von 0,5%. Apple schauen wir uns zuerst im Wochenchart an, zurück bis 2018. Hier ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Aktie übergeordnet zwei Aufwärtstrends hat. Einen eben aus der Korrektur 2018, dann hier nochmal 2019 ein Backtest und natürlich auch im Rahmen des Corona-Crashs ein Backtest und den haben wir natürlich auch im Rahmen der aktuellen Situation noch nicht erwischt. Das wäre das Szenario, wo wir gestern im Marktbriefing drüber gesprochen haben, wenn der S&P 500 zu einem späteren Zeitpunkt nochmal deutlich korrigieren sollte unter seine bisherigen Tiefs, dann denke ich auch, dass Apple diesen Aufwärtstrend antesten würde. Und es gibt hier eben diesen zweiten Aufwärtstrend bei Apple, den wir sehen seit dem Juli 2020, den der S&P 500 ja auch in dieser Form hat, der uns ja auch gerade zuletzt beim S&P 500 schöner Support war. Und den haben wir angetestet im Juni 2022 bei Apple, hier auch im Oktober 2022. Und jetzt aktuell hat es diesen Aufwärtstrend nicht mal mehr gebraucht. Hier war es jetzt die 20-Wochen-Linie und da zoomen wir jetzt mal rein, weil das ist durchaus spannend, was die Apple-Aktie aktuell macht. Zuletzt, als wir sie im Video hatten, habe ich dir gezeigt, dass hier eine wichtige horizontale Widerstandszone ist, die 157 US-Dollar, die hier wochenlang als Widerstand funktioniert hat. Aber ich hatte ja auch gesagt, wenn die hier ausbricht, hat die nochmal deutlich mehr Potenzial nach oben. Und das ist jetzt natürlich auch ein interessantes Signal für den Gesamtmarkt, dass Apple aus dieser wichtigen horizontalen Widerstandszone ausgebrochen ist. Wenn wir uns jetzt hier mit unserem Fibonacci-Tool weiterhelfen und messen die Distanz ab vom August-Tief runter ans 52-Wochen-Tief zum Jahreswechsel, dann sehen wir, dass die sogar jetzt hier aus dem 61er und 65er Fibonacci von dieser Downside ausbricht. Das ist hier eine signifikante Zone bei Apple. Und mit Basis der letzten Wochenkerze haben wir hier einen wichtigen Ausbruch bei der größten Aktie am Markt gesehen. Das heißt jetzt hier Kursziele bei Apple kurzfristig sogar im Bereich von 165, sicherweise sogar 170. Und dann greifen wir auch diesen wichtigen Abwärtstrend an bei Apple. Und übergeordnet habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich traue Apple sogar, wenn der Markt Stärke zeigt. Haben wir gestern darüber gesprochen im Marktbriefing. Wenn es jetzt hier im weiteren Umfeld zu einer Rallye kommen sollte, traue ich Apple sogar neue All-Time-Highs zu. Und dann wäre das Target bei Apple hier im Bereich zu suchen von 190 US-Dollar. Wir haben auch darüber geredet, dass wir hier möglicherweise eine inverse Schulterkopf-Schulterformation sehen. Wenn wir hier auch die Distanz abmessen vom Tief des Kopfes an die Nackenlinie und setzen das hier in den Ausbruch rein, kommst du auch exakt auf diese 190 US-Dollar. Lass uns das mal nicht unterschätzen im aktuellen Umfeld. Was wir bei Apple jetzt nicht mehr sehen wollen, ist ein Bruch, ganz wichtig, unter die 157 US-Dollar. Wenn sie da nochmal drunter bricht, dann müsste man das hier als Fake-Out werten. Und dann ist auch durchaus nochmal wahrscheinlich, dass sie ein bisschen tiefer runterkommt hier in dem Bereich und uns hier doch nochmal die 144 US-Dollar abholt und eben diesen etwas kurzfristigeren Aufwärtstrend, den wir eben gerade besprochen haben seit 2020. Apple aktuell sehr, sehr spannend und habt bitte mal als Signal für den Nasdaq und für den Gesamtmarkt auf dem Schirm, dass Apple jetzt hier aus diesem wichtigen Widerstand ausgebrochen ist. Und jetzt analysieren wir die aktuelle Situation auch nochmal durchaus im Tageschart und wir sehen auch, dass es sich hier angebahnt hat mit einem schönen Aufwärtstrend bei Apple. Wir haben auch zuletzt hier die 200-Tage-Linie als Support getestet. Wir haben noch ein kleines Gap, was offen ist bei Apple. Das wäre hier genau in dem Bereich der 145 US-Dollar. Also eben die angesprochene Situation, falls die Aktie jetzt doch nochmal runterkommt, um hier die 145 und diesen Aufwärtstrend abzuholen. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Wir haben hier am Top durchaus ein paar Widerstandskerzen. Also der Markt versucht diesen Breakout hier abzuverkaufen und deswegen wird es jetzt sehr, sehr spannend sein zu sehen, ob hier was zuvor eindeutiger Widerstand war bei der Apple-Aktie. Und von diesem All-Time-High brauchen wir gar nicht reden. Massiver Widerstand und die kann hier vor allen Dingen von diesem Level auch richtig giftig abverkaufen. Das müssen wir auf dem Zettel haben. Wenn das jetzt hier zum Support werden kann, du siehst jetzt hier auch Short-Druck drauf, dann kann das durchaus für einen Short-Quiz sprechen bei Apple und damit natürlich auch am Gesamtmarkt. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier Stärke sehen. Wichtig ist allerdings, wenn sie uns nochmal unter die 157 US-Dollar bricht, dass es dann durchaus nochmal mehr Downside gibt. Interessantes Signal. Apple jetzt auch mit dem Golden Cross, also die 50-Tage-Linie von unten durch die 200-Tage-Linie im Bereich der 148, 149 US-Dollar. Die 20-Tage-Linie haben wir auch schon nicht mehr gesehen seit 14. März. Sie läuft aktuell bei 143. Da ist viel Momentum drauf bei der Apple-Aktie. Ich bin sehr gespannt, ob der Markt dieses Level von 157 halten kann. Wir kommen zu Palantir. Aktuelle Marktkapitalisierung 17,5 Milliarden US-Dollar bei einem erwarteten KGV von 34. Palantir, schauen wir uns zuerst kurz im Wochenchart, dann übergeordnet bis zurück zum IPO im September 2020. Mir ist hier wichtig, dass wir auf die horizontalen Zonen achten. Vom Top bei ca. 45 US-Dollar hat die Aktie verloren ans All-Time-Low 86% und ans aktuelle Tief 82%. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass der absolute Kernwiderstand bei der Aktie der Bereiche ist bei 10,20 Dollar. Da haben wir seit August 2022 keine Kerze mehr drüber gesehen. Auch diese Kerze hatte sich als böse Bullenfalle entpuppt. Wir sehen, dass damals nach dem IPO das der große Ausbruch war, bevor die Aktie wirklich durchziehen konnte. In dem Bereich kämpfen wir uns aktuell ab. Derzeit haben wir die Palantir-Aktie sogar unter den wichtigen 8,90 Dollar. Das war das alte All-Time-Low und wurde hier immer wieder auch zum Widerstand. Auch zuletzt die wichtigen Supports bei der Aktie, über die sprechen wir gleich, wenn wir uns diesen Bereich im Tagesschat anschauen. Die sehen wir aktuell bei 7,50 Dollar, 6,90 Dollar und dann natürlich übergeordnet das All-Time-Low bei 5,90 Dollar. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da und schreib vor allen Dingen auch einen Kommentar. Welche Aktien möchtest du im nächsten 10x Watchlist-Video sehen? Im Tagesschat bei Palantir sehen wir, dass sie es zuletzt geschafft hat, aus diesem Abwärtstrend auszubrechen. Das war ein durchaus positives Signal. Wir waren hier in einer scharfen Korrektur nach dieser Rallye von den 52 Wochen-Tiefs und auch vom All-Time-Low an das Top Mitte Februar von eben exakt diesen 10,20 Dollar. Dann kommst du hier scharf zurück, schaffst es hier aus diesem Konterabwärtstrend auszubrechen. Aber die Reaktion aktuell bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch durchaus dürftig bei Palantir. Wir messen uns diese Downside mal ab und sehen, dass sie es jetzt hier gerade über das 38er Fibonacci geschafft hat und kurzzeitig auch mal über die 200-Tage-Linie, unter die wir heute aber mit der heutigen Tageskerze wieder drunter gebrochen sind. Und wir müssen jetzt hier durchaus ein bisschen vorsichtig sein bei Palantir, dass uns die nicht wieder abrutscht in diesen Bereich der 7,50 Dollar bis 7 US-Dollar. Das ist natürlich hier eine wichtige Range, wo ich dann auch mit großem Support rechnen würde für die Aktie, wenn sie hier runterkommen. Wäre dann auch möglicherweise noch mal ein schöner Zeitpunkt, um nachzukaufen. Wer jetzt hier aber kurzfristig bullish sein möchte auf Palantir und ihr wisst das mittlerweile mit dem 23er Fibonacci, misst dir die Downside ab. Wenn du aus dem 23er ausbrichst, möchtest du es nicht mehr verlieren, dann ist dein Kursziel zuerst das 38er, haben wir angelaufen, 50er und 61er Fibonacci, wären die Levels von 8,75 und 9,12 Dollar. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Setz dir mal Preissalame, die habe ich hier schon sitzen, im Bereich unter den 8 US-Dollar. Wenn sie da drunter bricht, hat sie heute nicht nur die 200-Tage-Linie gebrochen, sondern auch die 50- und 20-Tage-Linie und eben das wichtige 23er Fibonacci. Und dann schauen wir uns die Palantir-Aktie hier in diesem Bereich um die 7,50 Dollar wieder an. Ansonsten ist sie aktuell nicht uninteressant. Sie sollte jetzt aber hier durchaus diesen Support halten, dann sind meine Kursziele 8,38 Dollar, also ein potenzielles Doppeltop mit den Märzhochs. Aber im weiteren Verlauf, wie ich dir gerade gezeigt habe, das 50er Fibonacci bei 8,75 und dann das 61er und 65er Fibonacci. Da müssen wir die Aktie dann nochmal neu bewerten an dieser Stelle von circa 9,20 Dollar. Wir kommen zu PayPal. Aktuelle Marktkapitalisierung 82 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles KGV von 35 und ein erwartetes KGV von 13. Bei PayPal schauen wir uns zuerst den Wochenchart dann zurück bis zum IPO 2015. Mir ist sehr wichtig, dass ihr erkennt und dazu zoomen wir jetzt hier direkt mal rein in die Preiszone zwischen 100 und 50 US-Dollar. Mir ist sehr wichtig, dass ihr erkennt, dass die Aktie unter den 68, 69 US-Dollar historisch sehr wenig Support hat. Ihr seht im Wochenchart, wie extrem steil das runtergeht, eben tatsächlich bis zur nächsten echten Unterstützungszone. Hier erst wieder bei 42 US-Dollar. Dennoch habe ich hier eine Zielzone eingezeichnet, über die wir sprechen, wenn wir uns gleich den Tageschart anschauen, was es mit dieser Zielzone auf sich hat. Mir ist aber sehr wichtig, dass wir erkennen, dass es sehr, sehr gefährlich ist, falls PayPal hier nochmal unter die Tiefs bricht. Wir sehen auch hier, wie wunderbar diese Unterstützung funktioniert hat, eben diese 69 US-Dollar. Das war im Juli 2022 eben das Tief, bevor die PayPal-Aktie dann senkrecht ansteigen konnte. Seitdem sehen wir aber auch einen sehr hartnäckigen Abwärtstrend, der auch im Tageschart gleich nochmal deutlicher wird. Es gab dann zum Jahreswechsel hier nochmal neue 52 Wochentiefs. Hier auch im Wochenchart eine wunderschöne Doji-Kerze am Boden. Tozer Kaufdruck und danach eben hohes Follow-Up. Also eben danach starke weitere Kauf-Action bei der Aktie. Es gab dann ein großes Gap. Dieses Gap wurde geschlossen jetzt vor zwei Wochen. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen auf dem Kanal. Ich finde die hier nicht uninteressant vom Setup. Hab aber bitte auf dem Zettel, dass ich PayPal ungern sehen würde unter 69 US-Dollar. Die 52 Wochentiefs darf sie uns wirklich nicht rausnehmen. Ansonsten sprechen wir über diese Zielzone und die schauen wir uns jetzt im Tageschart an. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da. Das ist der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonnier auch den Kanal, das du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Bei PayPal schauen wir uns die aktuelle Situation an im Rahmen von diesem Abwärtstrend, der eben begonnen hat nach dieser fulminanten August-Rallye. Seitdem kann die Aktie nur noch tiefere Hochs generieren. Hat hier diese horizontale, extrem wichtige Unterstützungszone, die ich euch gerade gezeigt habe bei 69 und tiefstens 66 US-Dollar. Im Februar gab es einen kleinen Fake-Out über diesen Abwärtstrend, auch über die 200-Tage-Linie. Ergebnis ist bekannt. Noch mal ein harter Abverkauf um 20%. Jetzt zeigt uns PayPal, dass sie hier im Bereich der 71 US-Dollar durchaus Support findet. Auch die letzte Kerze am Freitag war durchaus interessant. Massiver Impuls nach oben. Durchaus interessant. Ich bin hier auch mit einer ersten Position long im Markt. Allerdings ist das auch durchaus eine Position, die ich länger halten würde, falls es zu mehr Downside kommt, die wir jetzt ansprechen. Und zwar sehen wir hier, wenn wir uns diese Strecke abmessen, eben von dieser Rallye seit dem Jahreswechsel ans Top im Februar. Dann siehst du hier unten die Zielzone. 127er Extension bei 60 US-Dollar. Die 141 haben wir bei 57 US-Dollar. Und das 161er Fibonacci aus dieser Distanz hätten wir bei 52 US-Dollar. Und nur, dass wir nochmal über das tiefere Target sprechen, wenn wir die große Rallye abmessen, also hier diese erste Distanz in diesem Abwärtstrend. Dann, also eben vom Tief letztes Jahr im Juli ans Top im August. Dann siehst du hier unten das 127er oder das 141er deckt sich hier mit dieser Zielzone. Das passt wunderschön zusammen. Die 161, weil wir aus dieser Distanz ganz runter müssen in diesem Bereich. Dann sprechen wir eben über die 45 US-Dollar. Hier ist dann auch das 200er Extension aus dieser Rallye. Also hier unten hätten wir dann die nächste signifikante Unterstützungszone. Eben zusammen mit der Unterstützungszone im Wochenchart aus der Vergangenheit. Sehr spannende Chartsituation bei PayPal. Unter die 52 Wochen tief sollte sie idealerweise nicht mehr rutschen. Und was ein sehr starkes Signal wäre. Ein bullisches Signal ist im Endeffekt dann der Ausbruch über die 75 US-Dollar. Wenn sie das dann halten kann, traue ich der Aktie auch nochmal deutlich mehr abseits zu. Aber ganz wichtig auf dem Zettel behalten. Dazu kann sie hier auch noch eine Weile seitwärts gehen. Denn wenn wir hier nochmal diese lokale Distanz abmessen, das 88er Fibonacci und damit auch nochmal ein schöner Kaufzeitpunkt, wäre hier durchaus auch nochmal eine Stufe tiefer. Eben bei den 69 US-Dollar. Diesen Bereich finde ich spannend für Zukäufe bei PayPal. Der Ausbruch aus den 75 US-Dollar, der eröffnet uns dann deutlich mehr Upside. Und spätestens dann haben wir sie auch wieder im Video dabei. Wir kommen zu Biontech. Aktuelle Marktkapitalisierung. 31 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles KGV von 3 und ein erwartetes KGV von 8. Biontech schauen wir uns zuerst im Wochenchart an. Zurück bis zum IPO der Aktie im Oktober 2019. Damals war das Tief bei 12,50 Dollar. Im Rahmen der Corona-Krise ist sie dann gestiegen bis auf einen Top von 460 US-Dollar und hat seitdem aber auch ans Tief 74% abkorrigiert. Mir ist wichtig, dass wir bei Biontech zwei Dinge erkennen. Erstens mal sind wir hier in einer sehr schönen Range unterwegs. Zwischen 190 bis 195 US-Dollar am Top und das Tief der Range, das sind eben diese 116 bis 120 US-Dollar, wo wir die Biontech-Aktie heute auch gesehen haben. Dazu kommen wir gleich im Tageschart auf die aktuelle Situation. Wichtig ist, dass dieses Level von 120 US-Dollar nicht brechen darf. Das war hier erstmal alter Widerstand, der jetzt hier wunderschön zum Support wird und auch ganz wichtig, wenn diese Support-Marken, die wir hier sehen vom März 2022, vom Juni 2022 und vom Oktober 2022, wenn das bricht, hat die Aktie nochmal deutlich mehr Downside. Wir können hier natürlich unser Fibonacci-Tool drüberlegen über den All-Time-Chart-Verlauf und sehen, dass sie jetzt hier im Bereich des 78er Fibonacci ist. Wenn sie da drunter bricht, das ist hier bei 109 US-Dollar, da hätte sie potenziell Support, wenn sie hier diese Tiefs rausnimmt, aber wenn sie da drunter bricht und ich schließe dann bei so einer Aktie, es hat dann schon einen Grund, warum die Aktie hier unter diesen wichtigen Support bricht und ich schließe dann auch nicht aus, dass Biontech das All-Time 88er Fibonacci abholt wird. Wir haben so viele Aktien gesehen, die das abgeholt haben und das wäre dann tatsächlich hier bei 64 US-Dollar. Aktuell ist sie sehr, sehr spannend. Darüber spreche ich auch gleich im Tagesstart, aber habt bitte auch auf dem Schirm, wie wichtig der Support in dieser Range ist. Im Tagesstart der Biontech-Aktie schauen wir uns eben die angesprochene Range an und da kann ich nur sagen, komm sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Da hast du Zugriff auf die Charts, die wir intraday posten und da haben wir heute einen herrlichen Einstieg gefunden am Tief dieses Gaps nach unten, hier im Bereich von diesem lokalen Aufwärtstrend. Wir können uns den auch mal ein bisschen dicker gestalten. Dann siehst du, dass sich hier diese Tiefs in dieser Range verbinden und dass wir hier leicht steigende Tiefs haben, das ist ein durchaus schönes Signal und wir sehen jetzt auch bereits eine erste herrliche Reaktion auf das heutige Tagestief. Die Zahlen, die Piontech gemeldet hat, waren auch nicht schlecht. Wir haben einen Up und einen Downbeat, also die Earnings waren besser als antizipiert, 20% sogar besser, das Earnings per Share und auch der Umsatz war besser als angenommen vom Markt. Ich sehe hier durchaus einen interessanten Einstieg bei der Aktie. Jetzt sind wir bereits vom Boden circa 6% entfernt. Ihr seht also, der Markt hat hier sehr schön reagiert auf diesen Support und es ist eben die große Frage, gibt es jetzt hier direkt ein Follow-up oder kommt die Aktie möglicherweise sogar nochmal zurück an diesen Support als Doppelboden, das man hier nochmal nachlegen kann. Das Kursziel bei Biontech sehe ich hier eher im Rahmen eines Chance-Risiko-Verhältnisses. Ihr wisst, das ist immer das Erste, was ich plane. Plane zuerst ein Risiko und danach plane den Profit und für mich war völlig klar, dass ich mich hier ausstoppen lasse unter diesem tiefsten Tief in dieser Konsolidierung, also unter 117 US-Dollar. Das gibt mir meinen Stop vor bei diesem Einstieg und entsprechend das 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis aufgebaut. Also mein erstes Ziel für Gewinnmitnahmen ist hier bereits erreicht im Bereich von 133 US-Dollar. Den Rest der Position lasse ich dann stehen, weil es natürlich eine Chance gibt, dass die Aktie jetzt im Rahmen von dieser Range, in der wir uns bewegen, eben den angesprochenen 180 bis 190 US-Dollar durchaus hier noch ein bisschen durchziehen kann. Biontech spannend aktuell für einen Long-Trade. Sei aber wie gesagt sehr, sehr vorsichtig, falls diese Range sprechen sollte. Wir kommen zu British American Tobacco. Aktuelle Marktkapitalisierung 78 Milliarden US-Dollar. Ein KGV von 10 und eine Dividende von circa 7,5 Prozent. British American Tobacco schauen wir uns zuerst im Wochenchart an. Zurück bis 2009. Ich finde die Aktie nämlich durchaus spannend. Wir sehen hier, dass wir eine schöne Rallye hatten an Stop. Das hoch bei BTI war schon im Juni 2017 und seitdem ist die Aktie hier durchaus in einem aggressiven Abwärtstrend, der hier auch ehrlich respektiert ist. Vor allen Dingen im Januar, im Mai und im Dezember 2022 Berührungspunkte zur Downside. Jetzt wird es hier durchaus eng in diesem Bereich und deswegen habe ich die BTI auch nicht nur auf der Watchlist, sondern auch schon mit einer ersten Position bei mir im Dividendenportfolio, die ich aber definitiv langfristig halten werde. Und was ich dir auch noch zeigen möchte im Wochenchart, das sind einige horizontale Unterstützungen und zwar, wenn wir uns hier erstmal das Fibonacci-Tool öffnen vom Tief der großen Finanzkrise ans All-Time-High bei circa 74 US-Dollar, dann sehen wir, dass sie im Rahmen dieser scharfen Korrektur im März 2020 am Tief des Corona-Crash sich das 88er Fibonacci abgeholt hatte seit der Finanzkrise. Also hier hat durchaus möglicherweise ein neuer Zyklus begonnen für die BTI-Aktie, für British American Tobacco. Deswegen müssen wir diesen Trendkanal hier auch ganz genau beobachten. Der ist sehr, sehr spannend. Wir hatten hier innerhalb von diesem Trendkanal einen temporären Aufwärtstrend aus steigenden Tiefs. Den hat sie jetzt gebrochen zuletzt, aber wir sehen jetzt hier horizontale Unterstützungen und dazu zoomen wir rein und schreibt dir diese Werte sehr gerne auf. Eine extrem wichtige horizontale Unterstützung sehe ich im Bereich der 33 US-Dollar. Nicht nur haben wir hier das Tief vom November 2021, sondern eben auch dann hier den Kreuz-Support mit diesem Trendkanal. Wenn sie uns da drunter tippen sollte, wäre das kurzfristig kein Problem. Das 78er Fibonacci seit der großen Finanzkrise haben wir bei 32,76 Dollar. Darunter haben wir eine horizontale Unterstützung vom Oktober 2020. Die läuft bei 31 US-Dollar und ein Tief, was ich nicht gebrochen sehen möchte im aktuellen Umfeld. Das ist hier der Bereich um 30 US-Dollar, denn das ist das Tief vom Dezember 2018. Drunter wird sehr, sehr gefährlich. Dann greifen wir nämlich hier das Corona-Tief an und dann ist die große Frage, ob BTI das halten könnte. Ich finde sie spannend. Pack dir die mal auf die Watchlist. Ein richtig effektives und nachhaltiges Long-Signal ist natürlich dann hier der Bereich des Breakouts aus diesem großen Abwärtstrend. Da wird es dann richtig interessant und idealerweise hält sie hier diesen Trendkanal. Und im Tagesschat sieht man auch gut, warum ich hier zuletzt eine erste Position eröffnet hatte. Sie war im Tages-RSI überverkauft und wenn wir hier ans Corona-Tief rangehen bei den 27 US-Dollar, dann messen uns hier diese Rally-Up. Das Top nach dem Corona-Tief war hier im Februar 2022 bei 47 US-Dollar. Dann siehst du BTI hier aktuell in der Golden Pocket zwischen 35 und 34 US-Dollar. Diese Zone finde ich durchaus spannend, eben auch zusammen mit dem horizontalen Support, den wir gerade im Wochenchart besprochen hatten, von 33 US-Dollar übergeordnet an diesem Aufwärtstrend. Finde ich aktuell einen spannenden Titel, der mindestens einen Platz auf der Watchlist verdient hat. Kommt zu Innovative Industrial Properties. Aktuelle Marktkapitalisierung 2 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles KGV von 13, ein erwartetes KGV von 13 und eine aktuelle Dividende von circa 9%. Innovative Industrial Properties schauen wir uns zuerst im Wochenchart an, zurück bis 2018. Wir schauen uns mal hier diese Unterstützungszone an bei 67 bis 70 US-Dollar. Da halte ich für sehr, sehr spannend diesen Bereich. Das war ein Tief im März 2019, aber auch im Oktober 2019 im Corona-Crash sind wir kurz drunter gedippt und hier ist auch der Ankerpunkt für unser Fibonacci-Tool und dann kommt hier nicht nur diese horizontale Unterstützungszone zusammen bei 70 US-Dollar, sondern eben auch hier das 88er Fibonacci seit dem Corona-Tief. Ich muss auch sagen, drunter sollte sie besser nicht brechen, weil hier ist absolut kein Support dann bis zum Corona-Tief von circa 40 US-Dollar. Da hätte die Aktie dann noch mal deutlich mehr Downside. Habt ihr mal auf der Watchlist? Preisalarme hier in diesem Bereich. Da kann man sie sich durchaus mal anschauen fürs Dividendendepot. Die zahlt nämlich eine gute Dividende und ist auch eine Aktie aus einem interessanten Bereich. Das ist so ein bisschen ein Schaufelverkäufer im Cannabis-Bereich. Die bauen nicht selber an, sondern die haben sozusagen die Hallen und die Gerätschaften, die dort vermietet werden. Deswegen finde ich die durchaus spannend. Da kann man so ein bisschen den Cannabis-Sektor um die Ecke spielen und kriegt auch noch eine interessante Dividende von einer erwarteten Dividend-Deal. Aktuell von 7 Prozent, also durchaus nicht zu verachten. Ist natürlich aktuell im Sektor auch der Immobilien-Aktien und der REITs so ein bisschen mit dabei. Der ist natürlich gefährdet aktuell. Habt das so ein bisschen auf dem Schirm. Deswegen würde ich hier nicht zu früh mit einer großen Position reingehen. Aber wenn die uns hier ranläuft an die 68 bis 70 US-Dollar, kann man sich hier durchaus mal Preisalarme setzen, um sich diese Aktie etwas genauer anzuschauen. Ich finde die durchaus spannend fürs Dividendendepot. Und im Tageschart schauen wir uns die Situation natürlich auch noch an. Wir sehen hier dieses Wedge, aus dem die Aktie bärisch durchgebrochen ist. Wir sehen aber auch ein gewaltiges Gap hier vom 18. Januar. Das war bei 110 US-Dollar. Da ist die Aktie in einem Tag um 12 Prozent gefallen, eben auch abgeprallt an der 200-Tage-Linie. Die müssen wir auf jeden Fall auch für die Zukunft auf dem Schirm haben bei diesem Titel. Wenn wir uns jetzt hier das technische Kurs ziehen, mal abmessen von diesem Wedge. Gehen wir mal die erste Distanz zur Downside und setzen das hier an die Ausbruchstelle an. Dann siehst du, dass das auch hier zusammenläuft mit diesem Bereich um die 67 bis 68 US-Dollar, eben dem 88er Fibonacci seit dem Corona-Tief. Ich halte die hier für spannend. Hab die mal auf der Watchlist. Du siehst jetzt hier auch, dass die hier durchaus kapituliert seit dem Breakdown. Jetzt gibt es hier eine kleine Gegenbewegung. Zeichne dir hier den Konterabwärtstrend ein und du siehst, dass die Aktie hier erstmal ausbrechen müsste. Ansonsten kann es hier durchaus nochmal eine weitere Welle zur Downside geben. Und hier bei 68 bis 70 haben wir sie dann auf jeden Fall auch wieder im Video dabei. Kommt zu Nvidia. Aktuelle Marktkapitalisierung. 671 Milliarden US-Dollar. Ein erwartetes KGV von 44. Bei Nvidia schauen wir uns direkt den Tagesschart an und zwar zurück in den Bereich 2021. Es ist wichtig, dass wir nochmal zurückverfolgen, aus welchem wichtigen Widerstand die Nvidia-Aktie hier ausgebrochen war bei den 230 US-Dollar. Das war hier im September 2021 eine sehr signifikante Top-Bildung. Hat dann auch zu einem Abverkauf geführt. Danach gab es hier eben den massiven Ausbruch und so ähnlich haben wir es hier auch gesehen. 230 zuerst Widerstand und danach massiver Ausbruch. Danach konnten wir das Level hier als Support verteidigen und vor allen Dingen auch bitte achtet mir bei Nvidia auf die 20-Tage-Linie. Wie viele Shorts hat diese Linie bestimmt schon ihr Konto gekostet in diesem Bereich. Ist unglaublich. Immer wieder 20-Tage-Linien-Support und danach gibt es den nächsten massiven Shorts-Quiz. Solange diese 20-Tage-Linie hält, haben wir hier bei Nvidia keinen Grund davon auszugehen, dass die hier wirklich kollabiert. Man muss es einfach ganz klar so sagen. Wir sind jetzt über den 260 US-Dollar. Das war hier ein wichtiges Gap. Das hatte ich auch durchaus auf dem Schirm als Gewinn-Mitnahme-Zone, als wichtigen Widerstand. Aber du siehst, auch hier schraubt sich der Markt jetzt wieder drüber. Wir messen mal ab und legen unser großes Fibonacci-Tool drüber und zwar seit dem All-Time-High bis ans 52 Wochen tief im Oktober von dieser wunderschönen inversen Schulterkopf-Schulterformation, die sich auch perfekt ausgespielt hat. Wir haben ja auch schon einige Male gesprochen. Und das Kritische für die Short-Positionen muss man ganz klar so sagen, hier im Bereich der 260 ist die Golden Pocket von dieser Downside. Das heißt, mit dem jetzigen Standpunkt ist Nvidia sozusagen im Bullenmarkt. Wir sind jetzt ausgebrochen aus dem 61er und 65er Fibonacci, der großen Downside. Das müssen wir ganz klar auf dem Zettel haben. Wenn sie dieses Level, das ist natürlich ein großes Wenn, aber wenn der Markt dieses Level hier verteidigen kann bei 260, hat die Nvidia-Aktie wieder mehr Upside-Potenzial. Wir schauen auf der linken Seite an dieses lokale Top im März 2022. Das sind 289 US-Dollar. Das 78er Fibonacci, der gesamten Downside ist hier auch in diesem Bereich. Also wenn wir jetzt hier Support sehen, ist das die nächste Bewegung. Das ist dann wieder eine Rally um circa 14 Prozent an den nächsten großen Widerstand. Und da muss man dann eben wieder das Ganze beobachten mit der 20-Tage-Linie, ob die dann wieder zum Support wird. Denn das große übergeordnete Kursziel, da wäre ich dann auch sehr gespannt, wo der Nasdaq in diesem Bereich stehen würde. Wer bei der Nvidia-Aktie hier am 88er Fibonacci und das wäre ein sage und schreibe 320 US-Dollar. Das hat mit fundamentaler Bewertung hier schon lange nichts mehr zu tun. Das Thema ist, dass hier immer wieder reingeschortet wird in die Aktien und vor allen Dingen, dass man eben nicht abwartet, bis es hier zu einem klaren Trendbruch kommt. Und das ist hier seit dem 10. Januar eindeutig diese, ich kann sie dir nur noch mal zeigen. 20-Tage-Linie, solange die wirklich nicht eindrucksvoll gebrochen ist auf Tagesschlusskursbasis, haben wir meines Erachtens keine Indikation für eine Short-Position. Im Gegenteil, umso mehr Leute reinshorten, umso häufiger oder umso wahrscheinlicher wird es, dass die Aktie dann eben noch mal durchzieht. Habt es auf dem Level 260 ist jetzt hier der kritische Ausbruch aus der Golden Pocket, der Downside. Das ist hier sehr, sehr kritisch. Ab diesem Zeitpunkt kann die Aktie potenziell nun mal richtig durchziehen. Wenn sie da drunter brechen sollte, haben wir definitiv, auch zusammen mit dem Bruch der 20-Tage-Linie, haben wir meines Erachtens ein Signal, dass hier sogar ein großes Top drin sein könnte. Da kann es hier auch zu einer größeren Korrektur kommen und wenn im Bereich der 200 US-Dollar bis zu diesem Zeitpunkt seid mir aber bitte vorsichtig und habt, und das ist für jeden möglich, das geht meistens sogar bei den einfachsten Brokern, habt bitte die 20-Tage-Linie bei Nvidia auf dem Zettel. Und wieder gilt was ähnliches, habe ich hier auch gesagt, bei 230. Solange die Aktie über diesem Bereich ist, ist das Chance-Risiko-Verhältnis tatsächlich für frische Long-Positionen besser als für Shorts, denn das Target ist hier ganz klar im Bereich der 2,90 zu suchen, wenn Nvidia diesen Support halten kann. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo ich täglich Marktanalysen und Aktienanalysen poste, wo du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.